Man hört ja ganz viel von Weihnachtswunder. Immer glaubst du persönlich an sowas? Ja, also allgemein glaub ich, glaub ich ein Wunder. Ich glaub jetzt nicht unbedingt, dass es zu Weihnachten passiert. Ich glaub, sie passieren allgemein. Wobei, wenn's zu Weihnachten passiert, wär's natürlich super. Eigentlich nicht wirklich, nein. Natürlich. Und warum? Ja, weil ich immer ein Wunder glaub ich. Eigentlich nicht. Also ich schon. Warum glaubt ihr dran oder eben nicht dran? Ja? Ja, das ist für mich ein Schwachsinn eigentlich. Also für mich schon, wenn Kinder an alle dran glauben und an das Christkindl und so weiter und so fort. Hast du selber schon mal ein Wunder erlebt? Ja, hab ich schon. Schon einige Male eigentlich. Das ist schon der Grund, warum ich immer noch dran glaub. Nicht wirklich. Was wäre denn aus dir in Sicht ein Wunder? Wenn die Firma Fischer wieder zurückkommt. Wenn wir wieder mal Schnee hätten, zwei Nächte. Ja. Pascal Cheyenne, wie schaut's denn aus? Glauben wir an Weihnachtswunder? Ja. 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 Und warum? Haben wir das schon mal aus erlebt? Ja. Ja. Was war denn das genau? Verzähl ihnen mal. Der Christbaum hat mir gekriegt. Christbaum hat mir gekriegt. Ja. 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 Ja.